Hallihallo herzlich willkommen bei Skyrim hier in Einsamkeit nicht mehr in Markat wo ich ja zuletzt war sondern in Einsamkeit ich habe nämlich ein bisschen geschmiedet und ein bisschen dinge verkauft und ich habe auch ein bisschen schmieden trainiert und das wird ganz schön teuer inzwischen ich glaube wir haben über 20.000 Septime ausgegeben 20.000 ähm ja da hat es kurz geklingelt jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen ähm ich wollte gucken was wir machen ich glaube wir müssen unser neues Haus noch besuchen ach ja genau eine Sache wollte ich noch zeigen und zwar ich habe nämlich die Masken gefunden die wir bisher gesammelt haben das sind bis jetzt nur drei ich glaube da gibt es noch wesentlich mehr das ist Brosis Morokai und zuletzt der Volsung genau also wir müssen einmal das Haus besuchen und wir müssen noch den Banditenanführer das ist so eine generische Quest gewesen die wir leider bekommen haben von dem von dem Vogt in Markat vielleicht machen wir das auf dem Weg nach Markat ich gucke gerade mal wo das ist und wie gesagt in Einsamkeit das wäre hier die Schädelwacht ja komm dann machen wir das schnell oder machen wir es auf dem Weg dahin machen wir gerade eben den Bandit platt und dann haben wir das auch dann nehmen wir keine Quest mehr an von dem und ähm was ist das denn ernst lässt der uns in Ruhe wenn wir ihn ignorieren oder da oben ist glaube ich nämlich ein Brachenhort kann das sein auf jeden Fall ist da ein Gegner antas 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 Hä, wo ist da? Ein Gegner ist da noch? Wo ist der? Der sucht uns offensichtlich auch. Das Auge ist nämlich noch nicht ganz geschlossen wieder. Jetzt ist es wieder ganz geschlossen. Der Drache ist, glaube ich, weg. Ja, vorragend. Äh, was habe ich jetzt genommen? Ich wollte eigentlich den Gliedrich und das Gold nehmen und nicht irgendeinen Käse hier. Eis eine Pfeil. Ach ja, die Klinge von Reach haben wir auch bekommen. Die müssen wir dann auch noch ablegen. Aber ich dachte, vielleicht machen wir hier schnell die Banditen platt. Kein Seelenstein ist groß genug. Wer hat dir nicht drauf? Ja, ich habe gesagt, Schoch, guck hier. Zack. Fertig. Das war ja so ein bisschen... ein bisschen arg billig, ne? Dass das so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Na ja, gut. Ist hier eigentlich irgendwie ein... eine Höhle oder was? Oder ist das jetzt nur dieser... ein Raum hier? Oh, das sieht aber ungemütlich aus. Das... Äh... Und doch, das kenne ich vom Yoga. Ähm... Das muss ich auch noch hier... Naja. Das... Ah, nee, verdammt. Das wollte ich ja gar nicht. Ah, Mann. Quatsch. Äh... So, ja gut. Dann, äh... Sind wir hier scheinbar durch schon. Hier ist auch keiner mehr. Was ist hier noch? Aktivieren, Sockel. Kann ich nicht. Kann man das, wenn man ein Buch hat, oder was? Ich habe jetzt keins, was man hier hinlegen könnte. Egal. So. Das war schnell, äh... Erledigt. Dann gehen wir zurück nach Markath, beziehungsweise... Geben wir direkt... Ja, wir gehen erstmal zum... Wir gehen erstmal zum Typie und lassen uns das Geld geben. Das Kopfgeld. Wie gesagt, das Schmieden trainieren war teuer. Das wird immer teurer. Ähm... Versuchen zusehen, dass wir die... Kröten... Kriegen, die wir brauchen. Aber man sieht Stufe 53 auch schon wieder, ne? Man sieht es jetzt nicht, weil mein Kopf davor ist. Ich vergesse es immer, aber, ähm... Hier sieht man es ganz gut. Es ist schon... Warte. So. So, jetzt haben es alle gesehen. Es ist schon... Relativ weit vorgeschritten wieder. So. Wo ist der? Der ist wahrscheinlich am pennen, oder was? Ah. Okay. Ja, das will ich jetzt nicht. Ähm... Gleich östlich der Stadt... Ja. Komm. Dann gehen wir doch erstmal in unser neues Zuhause. Dann gucken wir uns erstmal unser neues Zuhause an. Und dann können wir dann eine Runde schlafen. Dann kommen wir morgen wieder. Und dann können wir morgen das Trinkgeld holen. Trinkgeld. Kopfgeld meine ich natürlich. Kann es auch als Trinkgeld benutzen. So, wo ist denn unsere Butze? Ich habe so träbige Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diegesbande ins Feld bezogen. Wo ist meine Butze? Hier nicht. Nein. Oben irgendwo? Scheinbar oben, ne? Ah ja, hier. Ach, das ist aber auch praktisch. Oh, das ist aber sehr praktisch. Guter Ausblick hier. Windrell. Dann schauen wir doch mal. Einen, äh, Hauskarl sollten wir ja auch haben. Okay, hier sind gleich... Ist gleich ein bisschen ein Gemüsege... Gemüsegebet, genau. Ein Gemüsebeet. Hier auch, schön. Ah ja. Hier ist mein neuer... Wieso wiederzusehen? Wir sehen uns zum ersten Mal, glaube ich, so... Durchsuchen wir die ganzen Schränke, ne? Hier, guck mal, ist Gold. Nehmen wir natürlich raus. Ja, hier ist doch ganz gemütlich. Hier unten kann man schön Feuer sitzen und was schnecken. Snacken? Nicht Schnecken. Schnecken. Also, was haben wir hier noch? Eisgeist-Szene da unten. Der Mystiker Galerian. Ja, da liegen dieselben nutzlosen Dinge rum, die eben, glaube ich, in jedem Haus rumliegen. Was? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. So, hier haben wir ein Bücher... Hier haben wir viele Bücherregale. Ah ja, 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 ja. Ah ja, 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 ja. So, das Alchemielabor auch wieder mit Feuerstelle. Sehr schön. Schön. Das ist nett. Ein paar Fässer. Ah, hier ist auch eine Puppe wieder. Das ist gut. Da kann man noch eine Rüstung ausstellen. Ah ja, okay. Das ist gut hier. Das sieht gut aus. Hier können wir doch einiges an Waffen können wir hier anbringen. Ich überlege aber noch... Ich habe noch keinen guten Platz für meine Masken gesehen, ne? Die wollte ich eigentlich irgendwo hier hinpacken. Das für einen Moment, warum liegt das auf dem Boden? Hier ist noch eine Magierrobe. Das ist ja nice. Waffenhalter hier, Waffenhalter da. Ach ja, genau. Dann können wir doch mal direkt... Können wir doch mal die Klinge von Reach ausrüsten. Dann können wir doch mal direkt hier... Dann bringen wir die hier an, ne? Das ist schön. Ah, guck doch mal. Der Wahnsinn. Dann haben wir hier noch was. Oh Gott, das ist groß, ne? Habe ich gar nicht gedacht. Überall kleine Tischlein. Kleine Plätze zum... Also ein Dolchständer, okay. Da können wir doch vielleicht... Wir haben doch den Dolch von der... Von der Nachtigall, ne? Den können wir hier ausstellen. Von der Nachtigallen. Und hier ist noch mal... Ah, guck mal. Super. Noch eine Vitrine. Noch ein Dolchständer. Muss ein Dolch ausgerüstet haben. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Haben wir nicht sogar noch einen Dolch dabei, den wir eigentlich nie benutzen? Ne, habe ich weggelegt. Von der... Von der... Dunklen Bruderschaft müssen wir eigentlich auch noch einen haben. Kleiderschrank. Hier ist wieder Gold drin. Das nehmen wir natürlich raus. Hier ist auch nochmal ein Kleiderschrank. Da ist auch nochmal Gold drin. Guck mal das Ganze zurück, was wir ja investiert haben. Das ist sehr gut. Okay, und ich vermute mal hier drüben schläft dann der Huskal. Das ist wahrscheinlich Bettfremdnetz. Ne, ja. Gut, dann will ich hier auch gar nicht groß drin rumwuseln. Soll ja auch seinen Rückzugsort haben. Hier ist noch ein Dolchständer. Ach, wie cool. Okay, dann können wir jetzt echt Dolche sammeln. Aber wo gehen wir mit den Masken hin? Wo gehen wir mit den Masken hin? Hier haben wir noch eine Kommode. Gut, hier ist aber... Ich würde hier wahrscheinlich dann nicht irgendwie groß... Also wir haben hier zwar ein... Gut, Alchemielabor haben wir jetzt überall. Wir haben hier... Ja, danke euch auch. Wir haben hier auch einen Arkanen für Zauberer. Den haben wir zum Beispiel in Weißlauf nicht. Aber dafür... Ich weiß nicht. Das würde ich dann aber trotzdem in Einsamkeit weitermachen. Hö, 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 in Einsamkeit. So wie alleine. Ähm. Kann ich die Maske auf den... Typ hier tun? Aber da kann ich nur eine drauf tun, ne? Äh, warte mal. Da kann ich nur eine drauf tun. Hm. Das ist doof. Das ist doof. Karamellbonbon. Bitte was? Hier liegt ein Karamellbonbon. Ich will zehn Gesundheitspunkte wieder her. Wow. Ähm. Hier ist eine Papierrolle drin. Bücher haben wir hier genug Platz. Das finde ich eigentlich ganz nett. Die Bücher haben wir alle in Weißlauf in dem Nachtschrank, ne? Die könnten wir eigentlich tatsächlich mal... Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ähm. Könnte man tatsächlich eigentlich mal irgendwo hintun, wo sie hingehören. Ich würde jetzt einfach mal die Masken hier irgendwo reintun. In irgendeinen Schrank oder in die Truhe vielleicht hier. Komm, wir tun das in die Truhe. Was soll ich hier groß sammeln? Ich werde hier nicht schmieden. Ich werde hier nichts verzaubern. Das mache ich in Einsamkeit, beziehungsweise in Weißlauf. Dann können wir hier die Masken sammeln. Dann haben wir hier einen Ort für die Masken und, ähm... Ja, wobei ich hätte auch immer gerne Truhe, wo ich einfach Dinge reintun kann, die ich dann irgendwo hinschleppen muss oder so. Aber da kann ich mir ja einen Schrank leer räumen nachher, wenn ich das wirklich brauche. Komm. Dann tun wir hier die Masken rein. Den Großes und den Morokai und den Volsung. Genau. Zaubertrankmäßig sieht's gut aus. Zutaten sind nur die, die wir brauchen. Hier zum Beispiel die Fibel des schöneren Wohnens. Die können wir doch gleich direkt schon mal in den Bücherschrank da vorne stellen. Leicht in den hier als erstes, hä? Wow. Sieht richtig, richtig dekorativ aus jetzt. Sauber. Zufallsfehler. Was haben wir hier? Eine Honignusschnitte. Warum ist denn dieser Korb eigentlich mitten im Raum? Ich würde gerne, dass der so ein bisschen weiter aus dem Weg ist. Ne, egal. Ähm. Also, weil... Der schönste Essplatz bis jetzt, ne? Finde ich. Und überall diese Dolch-Ständer. Das gefällt mir ganz gut. Ich hab noch nicht so viele Dolche. Diese Schränke hier, da kann man auch einfach nur Dinge reinlegen, ne? Da hab ich immer Schiss, dass die dann irgendwie despawnen oder so, wenn die nicht in irgendeinem Container sind. Bin ich ein bisschen Minecraft geschädigt. Wahrscheinlich passiert das in Skyrim gar nicht. Aber ich will es trotzdem nicht riskieren. Guck mal, hier haben wir auch noch einen schönen Schrank. Den kann man vielleicht benutzen für so Transport-Dingsies. Naja. Okay. Gut. Jetzt wäre ich fast wieder rausgelaufen. Ich wollte doch eigentlich pennen, damit ich morgen, ähm, die Quest abgeben kann. Ähm. Zwölf Uhr. Wann sind die da? Wahrscheinlich so um neun. Komm, dann schlafen wir acht Stunden. Dann ist es 20 vor neun. Dann dürfen die eigentlich da sein. So, wunderbar. In, ähm, in Markkart ist auch gar nicht so viel zum Verkaufen, ne? So viele Händler sind hier gar nicht, oder? Vielleicht kenne ich die nur noch nicht. Ich kenne mich hier echt nicht so gut aus. Markkart habe ich, glaube ich, echt wenig besucht in meiner Skyrim-Zeit bis jetzt. Aber es ist eigentlich ganz cool. So, mit dem... Also, ich finde den Blick von hier oben sehr cool. Richtig schönes Häuschen. Ah, da kann ich nicht draufhüpfen. Na, egal. Vielleicht sollte man auch besser nicht hier runterfallen oder so. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir das gemacht. Dann haben wir unser Häuschen angeschaut. Mach keinen Ärger, Spitzohr. Hallo? Ich bin hier Tane. Du Wurst. Ich muss gleich mal mit dem... Mal gleich... Ne, warte mal. Da drüben, ne? Äh, Mist. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachen. Gleich mal mit dem Jarl reden, dass ich hier als Spitzohr bezeichnet werde. Ich soll doch nicht behandelt werden wie der einfache Pöbel. Hat er mir versprochen. Immer die Talmodee hier rumlatschen, ne? Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Ja. Ich bin der, der den Banditenanführer von Vier Schädelwacht getötet hat. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Gut. Ich würde mir gerne mein Zuhause einrichten, ja, aber ich kann mir nichts mehr einrichten. So, dann auf zu neuen Abenteuern, würde ich sagen. Wobei, wo wir gerade in Markhardt sind, sag mal, wir haben doch noch so ein paar Diebesdinger zu tun. Vielleicht, wenn wir eh gerade in Markhardt sind. Lass doch mal den Einbruch und den Diebstahl markieren, weil ich meine, das wäre... Ja, ja, ist alles in Ordnung. Ich meine, das... Genau, das ist beides hier. Ne? Oder? Ne, das andere ist woanders. Ach, hier ist Heimskrill. Okay. Beschaffe dir in Markhardt von Frabi. Dann machen wir das mal schnell. Dann machen wir das mal eben. Ähm, wo ist Frabi? Wahrscheinlich im Pub, ne? Das sind so... Das sind so Aufgaben, die sind immer irgendwo... Blut... Ne? ...überfreund. Blut und Säber. Doch, doch. Doch im Pub. Also gut. Hier beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Kommt rein. Was wollt ihr, Spitzohr? Ah, okay, Taschendiebstahl. Und saubere Zimmer. Ein Held, ein Held, nach Kriegeherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, glaubt mir, das Drachenblut naht. Und die Feinde. Aha! Wann finden wir Ende? Ich glaub, das mach ich mal, wenn die schläft, ha? Das mach ich mal, wenn die schläft. Ähm. Was haben wir denn noch Verschiedenes? Guck mal hier. Dann lass uns doch mal hier das damit weitermachen. Das ist nämlich auch das Letzte hier. Die Feuersalze, zehn Stück müssen wir noch besorgen. Beziehungsweise vier Stück noch. Und den Einwohnern von Falkenring. Vielleicht machen wir das auch erst mal. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall erst mal die Abgeschworenen aus der Kolskegger-Mine vertreiben. Ich glaub, das ist auch ganz in der Nähe. Oder? Ne, das ist da. Ja, ja gut. Kann man mal schnell hinreisen. Zum Laufen ist das doch zu weit. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh! Uhhh. Was ist das? Keine Deckung hier, ne? Verdammter, warte mal, ich hab doch sogar... Das ging schnell los, schneller als ich gedacht habe. Na ja, gut. Zwei erledigt, aber die Bogenschützin, die hat echt Power gehabt, ne? Bisschen näher dran. Stückchen näher dran noch. Jetzt. Ich dachte, die wären in der Mine. Wusste nicht, dass die... Ist das klar, ich bin ja hier schon ein paar Mal lang gelaufen, da haben die mich auch schon angegriffen, aber ich hab das irgendwie vergessen. Ich dachte, die wären nur in der Mine, so vom Questauftrag her. Was ist das hier? Ist das die Mine? Nein, das ist Pavos Haus. Wo ist denn die Mine? Da oben? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich muss erst Taschendiebstahl trainieren, bevor ich die andere Quest machen kann, ne? Mist. Nicht, dass ich das schaffe. Vielleicht nachts. Aber 29% war das nur. Dann wird das... Vielleicht wird das auch beeinflusst von den... Dingen. Also wenn es halt Nacht ist, wenn jemand schläft und wenn es dunkel ist oder so. Aber das weiß ich nicht, da kenne ich mich echt noch nicht aus mit dem Taschendiebstahl. Bis jetzt selten gemacht. Oh, sind... Oh. Wo sind sie denn, wollte ich gerade fragen. Du setzt dich hin? Nee? Gehst du einfach da durch? Alles klar. Hä? Alter. Hier drüben! Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Alter! Ich bin nicht mehr da! Alter! Ich bin nicht mehr da! Ich bin nicht mehr da! ist gut. Alles klar. Machen wir gleich machen wir gleich immediately. Aber ich gucke selbst nochmal ein bisschen hier durch. Ob hier noch was zu holen ist. Oh, ein Dornenherz. Was haben wir denn hier für Gold... Oh, Golderz. Ja dann. Ich sagen. Das rippen wir natürlich gleich. Könnte noch jemand sein, ne? Ja. Oh, okay. Oh, okay. Goldi, Gold. Goldi, Gold. Goldi, 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 Gold Dann können wir wieder schmieden, das ist sehr gut. Schmieden, 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 damit wir das endlich mal abschließen. Und perfekte Rüstung schmieden und verzaubern können und dann endlich die Perks auch wieder kassieren. Wenn wir die Eigenschaft dann legendär machen. Weiß nicht, wie viele Perks das sind, 10 sind das bestimmt. Die kann man natürlich super benutzen. Da kommen dann alle auf die Kampffähigkeiten drauf. Dann sind die ungesiegbar. Oder vielleicht mal... Ne, abwohl. Vielleicht wenn wir jetzt noch mehr Taschendiebstahl machen, könnte man aber bei Taschendiebstahl auch ein bisschen... Aber da haben wir so wenig Punkte, da können wir wahrscheinlich noch gar nichts perken. Perken. So, warte mal, hier stehen. Da ist ein Zaubertrank der Magiker, den nehmen wir natürlich schon mit. Weil umsonst. Da geht's noch... Warte mal, da ist aber nicht mehr viel, ne? Hier ist nur noch... Hier ist nur noch das hier. Gut. Na, nochmal Erd, nochmal Gold. Ich glaube, ich würde dann als nächstes die... Ähm... Hier, die Falkenregensache machen. Hier sind wir wahrscheinlich wieder draußen, ne? Äh, beziehungsweise da kommen wir gleich wahrscheinlich wieder raus. Vielleicht können wir ja gleich nochmal schnell, bevor wir die Folge beenden dann... Vielleicht können wir ja noch schon mal nach Falkenring reisen und dort mal, äh... Also uns umhören, was denn es so denn für Jobs gibt. So. Ne, warte mal, was liegt denn hier noch rum? Das habe ich ja völlig übersehen vorhin. Konnte denn das passieren? Ne, hier war ich auch noch nicht. Hier war ich auch noch gar nicht. Ich dachte, ich wäre hier wieder draußen, aber ich bin hier nicht draußen. Jetzt hier oben dann noch weiter? Ne, okay, das ist jetzt hier wirklich... Boah, hier ist aber noch wer. Ein bisschen eintönig. Immer dieses Abbauen, aber naja. So, jetzt aber. Okay, dann müssen wir aber, wenn wir zurückkommen jetzt... Ich nehme mal an, dass wir hier zurückkommen. Äh... Hier. Achso, ja genau, das ist die... Ja, 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 genau. Das wollte ich noch gucken. Da ist dann der andere Weg gewesen. Boah, ist hier viel Gold. Da kann man ja richtig viel schmieden. Da kann ich nochmal zwischendurch vielleicht ein bisschen... Nach Weißlauf. Ah, ja, okay. Ja, ja, genau, okay. Alles klar. Hier oben waren wir jetzt schon. Alles klar. Okay, gut. Dann haben wir es jetzt. Dann haben wir es jetzt doch. Wunderbar. Wie viel haben wir jetzt? Für Gold? Zwei Goldbachen und 39 Golderz. Nice. Und wir haben noch richtig viel Tragekapazität. Hat sich echt gelohnt, ne? Diese Rüstung zu bauen. So, wo ist denn der Heinz? Ich dachte, der wäre hier in der Nähe, aber der ist hier. Ach, das war ja, 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 das waren die, die da angekommen sind und gesagt haben, ja, sind die einzigen Überlebenden. Ja, ja, ich erinnere mich, als wir das erste Mal Richtung Markkart gelaufen sind. Ja, 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 ja. Slackwart-Mine. So. Bergarbeiterunterkünfte. Alles klar. Nein. Ich wollte sagen, dass ich... Geht nicht nach Koltzkegge. Es ist dort nicht sicher. Äh, wie geht nicht nach Koltzkegge? Ihr habt gesagt, ich soll da hingehen und die Abgeschworenen daraus machen und das habe ich jetzt gemacht. Ihr habt sie verjagt? Ja. Ganz allein? Habt vielen Dank. Wir machen uns sofort wieder an die Arbeit. Hier, das ist für euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. 1500 Euro, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, nice, dankeschön. Lebt wohl. Möge euer nächster Kampf reich sein, mein Freund. Euer auch, Guard. So, dann lassen wir uns doch nochmal ganz kurz Richtung, wie gesagt, Richtung Falkenring gehen. Wir haben jetzt hier nämlich nur noch das, genau, und die Feuersalze. Naja, gut, das können wir nicht beschleunigen. Und das hier unten, das verschieben wir, diese drei Sachen. Die machen wir dann irgendwann anders mal. Die würde ich dann auch... Da würde ich mich dann auch erstmal wieder den großen Quests widmen. Aber das Falkenring, Sache, die würde ich gerne noch abschließen. Was mal überlegen. Haben wir dann alle Städte? Sind wir dann in allen Städten, Tane? So, ich würde sagen, wir gehen mal in den Pub. Waren aus Graukiefer. Ist noch offen. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Ja. Kaum zu fassen, dass diese... Sprecht, ja? Okay, der will nicht mit uns sprechen. Gibt es hier niemanden, der irgendwie... Ne, fragen wir nicht. Scheinbar nicht. Okay. Wo kriegen wir denn hier die Aufgaben her? Totmannstrunk. Können wir uns erstmal ein Bett nehmen. Ein Zimmer nehmen, nicht ein Bett nehmen. Das ist 4.13 Uhr morgens. Es ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten... Hallo, Nari. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft verteilen. Komm, wir schlafen erstmal alles. Willkommen im Totmannstrunk. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Hier. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Das ist, glaube ich, nicht so eine Quest, die ich brauche, oder? Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Groß reden schwang er, die Klinge gezückt. Er prallte von Kämpfen und Beute glöd. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch... Ne, alles gut. Ich schlafe nun auch noch kurz, ne? Halb... Na komm, wir schlafen noch fünf Stunden. Ihr solltet nicht so mit mir reden. Jetzt muss ich mich prügeln wahrscheinlich, ne? Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Wir sollten irgendwann einmal diese Tee... Hör zu, ich möchte keine Probleme haben. Bei den Göttern seid ihr langweilig. Ich wünsche euch, dass ihr beide bezahlt habt. Oh, wirklich. Jemand muss etwas unternehmen. Jemand muss mir helfen. Was ist mit der los? Äh, Kettenblitz ist nicht so gut hier drin, ne? Ähm, vielleicht das auf jeden Fall mal. Ach komm, wir machen mal das hier. Ja. Ich mache mich aus dem Staub. Ich mache mich aus dem Staub. Ja. Ja. Bellt um euer anseliges Leben. Oh. Tom. Ja. Gnade. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Recht nach dem... Was soll das? Nach Weislauf geritten von Rorichstadt stammt. Großreden, schwanger die Klinge gezückt. So, jetzt hab ich aber alle, ne? Nari? Wo krieg ich denn hier Aufgaben her? Komm mal. Ich hab jetzt aber kein Kopfgeld oder so wegen dem, ne? Der hat mich eindeutig angegriffen. Das weiß hier jeder. So, wer seid ihr denn? Tadgeier. Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Seid ihr denn... Habt ihr denn was über ein Begräbnis gesagt? Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester... Da haben wir doch immer eine Aufgabe. Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Das wäre mir eine Ehre. Ich danke euch. Also gut. So, wir gucken nochmal, ob der vielleicht heute jetzt mit uns spricht. Als Tages vielleicht, oder so. Könnte ja sein. Theoretisch, er müsste ja... Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmantel habe ich viele davon kennengelernt. Seid ihr ein Sturmantel? Ich war es mal. Ich wurde dann in einem Gefecht in der Nähe von Windhelm verwundet. Aber das ist Jahre her. Jetzt kämpfe ich zwar nicht mehr in Ulfriks Namen. Ehre aber immer noch seine Ideale. Himmelsrand ist das Land der Nord. Und wir sollten hier herrschen. Wir brauchen keine Hilfe vom Kaiserreich. So, ihr habt von einem Bruder gesprochen. Wer ist das? Sein Name ist Bolund. Er arbeitet in der Sägemühle unten am Fluss. Ihr solltet nicht erwarten, lange Gespräche mit ihm führen zu können. Er redet nicht gern. Besonders nicht, wenn er Leute nicht kennt. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Ich will nichts stehlen, ich wollte eine Aufgabe von euch. Was ist denn eigentlich der Marker hier? Achso, das ist schon aktiv. Okay. Ähm. Ja, okay. Dann würde ich sagen. Schauen wir vielleicht in der nächsten Folge. Guck mal, er hat doch bestimmt eine Aufgabe für uns, oder? Alles gut. Loyalität ist besser. Loyalität? Ich bin zuallererst den Geier und dann dem Kaiserreich gegenüber Loyal. Ja, warte mal hier. Erinnert ihr euch noch an den Hund auf der Straße, den ihr haben wolltet? Ja. Er machte zu viele Schwierigkeiten, als dass sich die Mühe gelohnt hätte. Tja. Es ist vollbracht. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Herzlichen Dank. Hier. Es ist nicht viel, aber nehmt es bitte. Nur die Mutigen sind in diesen Tagen oft... Ich war viele Jahre den Geiers Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haut riskiert, um ihn zu beschützen. Hat das nicht als Hilfe gezählt, ne? Warum sollte ich sowas wohl tun? Des Geldes wegen? Weil ich ein Eid geschworen hatte? Nein. Weil ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. Idioten. Falkenring wirkt ruhig. Nur innerhalb der Mauern. Falkenring besteht größtenteils aus Wildnis. Und wer Ärger sucht, wird ihn schnell finden. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Dann machen wir... Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Schauen wir mal, was wir hier noch für die Bevölkerung tun können. Ähm, leider immer noch 0 von 3. Also die Asche, das wird auf jeden Fall was sein. Den Banditenanführer. Das weiß ich nicht, ob das dazu zählt. Müssen wir mal gucken. Ansonsten müssen wir uns hier noch mal ein bisschen weiter umhören. Wer hier noch Hilfe brauchen könnte. Aber vielleicht machen wir die zwei Sachen erstmal. Und dann schauen wir mal weiter. Dass wir hier in Falkenring dann auch nochmal zum Tarner werden. Natürlich. Weil so gehört sich das. Und... Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.